Ich war gerade schon in der Rolle, Junge. Achso, ihr wart... Ich war gerade schon in der Rolle. Ich habe gedacht, okay, den ersten Teilchen ist er einfach weg und dann... Nee, warum sagst du das denn nicht? Ja, jetzt einfach, damit es natürlicher wird. Was wird denn das hier jetzt eigentlich? Ich meine, hier kommt man ja fast nicht mehr durch. Ja, aber es hat sich so viel angesammelt und desto mehr hier steht, desto mehr Auswahl hat man. Und all die Sachen, die unsere Regieassistenten mal runterschmeißen? Ja. Naja, da sind überall rote Punkte drauf, der kriegt immer sofort schwitzt die Hände, damit die Gericht dann immer gleich haben. Kann ich mit dem Auto direkt hier vor die Tür vorfahren. Ist gar kein Problem. Na, das ist ja schon ein bisschen mehr als ein Kubikmeter, ne? Aber haben wir das denn wenigstens auch mal in den Shop? Ja, seit neuestem schon. Ach, dann kann man jetzt sozusagen auch im Internet zusammen bestellen hier? Ja. Das sind ja normale Steine, Nanoblocks, Häuser, Autos, Flugzeuge, Technik, ist ja alles dabei hier. Sogar hier, Kunstgemälde. Wen muss ich denn dafür kaputt hauen, weil er ständig hier die Sachen kaputt macht? Oder sind die bösen Chinesen? Die Assistenz. Ach, die Assistenz. Ja. Na gut, aber, also Freunde, wie ihr seht, ihr seht, meine Zeuchter, ist auch online alle drinnen. Müsst ihr euch mal durchschliebern, vielleicht findet ihr da was geiles bei. Da ist bestimmt war ich alles bei. So viel wie ich hier sehe. Und ich hab's wirklich Gefühl, ihr würd nicht da bleiben bleiben. Insofern, wenn ihr öfter mal auf dem Stand bleiben wollt über sowas, abonnieren, kommentieren usw. Bis da ja. Tja. Na ja. Marco, neue Sets. Au! So entstehen denn sozusagen ein Sonderbus. Ja. Deswegen haben wir so viel davon. Gut. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.